Woran denken Sie denn so beim Wort Überwachung? Das wären früher die Überwachungskameras gewesen auf den öffentlichen Plätzen. Heute denkt man wahrscheinlich eher an Geheimdienste, die einem bedrohlich erscheinen, an Zahnbürsten oder Fernseher. Da denken wahrscheinlich noch die wenigsten dran. Das dürfte sich aber ändern, denn die nächste Generation von Spionen, die wird aus genau solchen Dingen des alltäglichen Gebrauchs bestehen. Ob das jetzt das Heizungsthermostat ist oder der Rauchmelder, das kann man ja inzwischen alles ans Internet anschließen. Oft macht das unser Leben angenehmer. Auf der anderen Seite schieben wir damit unglaubliche Mengen von Daten über uns in die Welt. Deswegen schauen wir uns heute mal an, wie sicher diese digitalen Helferchen eigentlich sind und was die so alles über uns ausplaudern, ohne dass wir es mitbekommen. Alles geht von selbst wie von Geisterhand gesteuert. Fenster, Lampen, Küchengeräte, Heizung. Sogar, wenn niemand daheim ist. Das Zuhause weiß selbst, was zu tun ist. Es ist intelligent. Ein Smart Home, in dem alles vernetzt ist, was mit Strom funktioniert. Sie arbeiten daran, diese Werbeversprechen vom vernetzten Heim wahr werden zu lassen. Ein Entwicklerteam beim Energieversorger E.ON. In Zukunft will der Konzern seinen Kunden außer Strom und Wärme auch Kontrolle und Komfort verkaufen. Von überall soll sich die Temperatur zu Hause regeln und der Stromverbrauch aufzeichnen lassen. Dazu muss das smarte Heim ständig Daten liefern. An ein Rechenzentrum, das für E.ON arbeitet. Der Kunde selbst kann entscheiden, ich möchte keine Daten mit meinem Energieversorger teilen. Man muss aber dazu natürlich sagen, wenn er diese Informationen nicht teilt, dann hat er einen limitierten Funktionsumfang. Privathaushalte mit intelligenten Geräten auszurüsten, ist keine neue Idee. Doch nachdem sich lange kaum jemand dafür interessiert hat, wächst die Zahl der vernetzten Thermostate, Lampen und Rauchmelder neuerdings rasant. Der Markt ist riesig. Dass neben den Energie auch Internetkonzerne wie Google und Apple ins Geschäft einsteigen, hat aber wohl einen anderen Grund. Es locken wertvolle Kundendaten. Gerade im Smart Home-Bereich gibt man so bereitwillig Daten ab, so beiläufig, ganz nebenbei. Ohne wirklich konkret im Sinn zu haben, was das letztendlich für einen bedeuten kann später mal, wenn die Daten ausgewertet und verknüpft sind. Kamera, Thermostat, Glühbirne oder Staubsauger. Lauter Datenlieferanten für den Stromanbieter oder für Google. Oder auch für Hacker. Denn jedes Gerät mit Internetverbindung ist ein mögliches Angriffsziel. Also wenn die Glühbirne erstmal unter mal Kontrolle ist, habe ich natürlich permanenten Zugang zum Netzwerk. Sprich, solange ich nicht entdeckt werde, kann ich zu jeder Zeit den Verkehr mitlesen, der da läuft. Und ich kann auch Geräte angreifen, die dort sind. In der Öffentlichkeit, im Internet oder beim Telefonieren sind wir ja längst gewohnt, dass wir überwacht werden können. Dass unser Leben immer transparenter wird. Und bald eben auch in unserer Wohnung. Macht das noch einen Unterschied? Das ist nochmal eine ganz neue Dimension an Eindringen in unser engstes privates Umfeld. Das ist, glaube ich, den wenigsten schon bewusst, wie stark das jetzt schon sein wird. Also die Wohnung schon von unterwegs aus vorheizen zu können, Kuschlik. So was ist schon toll. Ob meine Zahnbürste wirklich die Fähigkeit haben muss, mir per Handy zu sagen, dass ich mir meine Zähne falsch putze, bin ich mir nicht so sicher. Problematisch wird es dann, wenn die Krankenkasse von sowas Wind bekommt und daraufhin dann bestimmte Leistungen ausschließt. Also klar ist, es ist wichtig, dass diese Daten aus unseren Haushalten nicht in falsche Hände geraten. Aber ob man sich da so sicher sein kann? Um das rauszufinden, haben wir einen Hacker, und zwar einen von den Guten, auf einen ganz normalen Haushalt losgelassen. Die Kontaktaufnahme ist schwierig. Erst über verschlüsselte Mails funktioniert es. Dann lernen wir David kennen. Er ist Anfang 20, Mitglied im berühmten Chaos Computer Club und arbeitet bei einer IT-Sicherheitsfirma als Spezialist für Software und ihre Lücken. Unsere Zielperson? Ahmad Boosje-Loye, Anfang 30, IT-Berater. In seiner Arbeit hat er ständig mit digitaler Technik zu tun und vor kurzem hat ihm sein Stromversorger auch zu Hause smarte Technik installiert. Anna. Ein Thermostat, mit dem er übers Internet von überall seine Heizung steuern kann. Ich reguliere viel öfter die Temperatur zu Hause, als ich es noch vorher gemacht habe. Vorher habe ich tatsächlich einmal die Temperatur eingestellt, und das war's. Aktuell sehe ich hier die Temperaturanzeige meiner Wohnung. Das hier ist eingestellt auf außer Haus. Das war erst auf 18 Grad eingestellt. Hier könnte ich tatsächlich individuell einstellen, auf Uhrzeit genau, wann ich das Haus verlasse. Und umgekehrt natürlich, wenn ich mich jetzt in Richtung nach Hause bewege, wird die Heizung hochgedreht. Anna weiß also schon, dass ihr Besitzer gleich da ist. Direkt von Hand bedient wirkt Anna noch ganz schlicht. Die Steuerung hier ist relativ simpel und manuell. Also hier sind die Voreinstellungen und auch diese manuelle Steuerung. Über die App habe ich die Möglichkeit, tatsächlich stundengenauere Einstellungen vorzunehmen, die dann auch automatisiert befolgt werden. Ahmad sieht, was seine Heizung macht und achtet bewusst darauf, keine Energie zu verschwenden. Und David? Der Hacker sieht eine grundsätzliche Gefahr. Denn die smarten Haushaltsgeräte sind nichts anderes als kleine Computer. Das Problem ist ja, dass sowieso noch viel zu wenig Bewusstsein für Sicherheit existiert. Das ist ja jetzt so langsam angekommen, dass man seinen PC mal aktuell halten muss und sowas wie Virenschutz installieren muss. Aber dass dann beliebige Geräte, die halt dort dann eine Aufgabe erfüllen, wie die Zahnbürste, dann genau so großes Risiko darstellen oder sogar noch ein größeres, das den Leuten zu verklickern, wird, denke ich, nochmal schwieriger. Ahmad nimmt's noch gelassen. Die Informationen, die da gesammelt werden, die sind für mich jetzt nicht dramatisch. Also, wie oft ich mir einen Tee zu Hause koche oder wie oft ich meine Haare föhne. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich sehr, sehr technologieaffin bin. Und ja, es ist für mich eher der Reiz größer als die Sorge, dass meine Daten missbraucht werden könnten. Hallo. Danke. Ahmad, hallo. Hallo. Bitte. Danke. Bitte. Unser Hacker und sein Angriffsziel lernen sich kennen. Ahmad zeigt David genau, was seine smarten Helfer können. Und David erklärt, was sie Unbefugten verraten könnten. Zum Beispiel über Amads Tagesablauf. Jetzt weiß man sicher, aber man kann bei dir einsteigen. Rein theoretisch wüsste man jetzt, der ist nicht zu Hause, man kann jetzt bei ihm einsteigen. An sich ist es einfacher, denn als sein WLAN-Passwort zu knacken unter Umständen, wenn man erstmal weiß, wie es geht. Genau. Und dann gab es noch Gerät Nummer zwei. Richtig, das ist Smeppi. David will nicht nur das Thermostat angreifen, sondern darüber in Amads Heimnetz eindringen. Sein zweites Angriffsziel, an Amads altem Stromzeller hängt Smeppi, ein Messgerät, das den Stromverbrauch aufzeichnet. Man könnte jetzt hier zum Beispiel auch sehen, dass es heute einen Peak gab im Verbrauch. Das wird vermutlich dann der Wasserkocher gewesen sein, der genutzt wurde. Das ist zum Beispiel auch ein Anwendungsfall, wenn jetzt die Haushaltshilfe da ist und Geräte benutzt. Dann weiß ich in dem Kontext, dass sie da ist und das auch tut. Also auch eine gewisse Überwachung. Um nochmal auf die elektrische Zahnbürste zurückzukommen. Natürlich will die niemand hacken. Aber mit jedem neuen Gerät, das zu unserem Heimnetzwerk dazukommt, steigt natürlich auch die Menge der Daten und die Zahl der Hintertürchen. Das heißt, je bequemer unser Leben eigentlich wird, dank digitaler Helferchen, desto riskanter wird es auch. Vorausgesetzt, es stimmt, was unser Hacker sagt, dass diese smarten Geräte tatsächlich so anfällig sind und dass man wirklich mit den Daten daraus so viel anfangen kann. David und sein Hacker-Kollege Andreas machen sich an die Arbeit. Um Schwachstellen zu finden, über die sie Amaz-Thermostat oder Stromzähler angreifen können, haben sie sich baugleiche Geräte besorgt. Den wollen sie mit professionellen Hacker-Programmen zu Leibe rücken. Penetrationstest heißt das in der Fachsprache der Sicherheitsexperten. Genau wie kriminelle Hacker bombardieren sie ihre Ziele mit unzähligen Anfragen und Steuerbefehlen. Wenn das Ziel darauf anspricht, können sie es mit einem eigenen Programmcode manipulieren. Zunächst klappt das nicht. Wir haben Anna erstmal lokal untersucht und geschaut, inwieweit Anna anfällig ist, vielleicht auch fremden Code auszuführen. Haben dort aber nichts gefunden. Es ist schon mal nicht ganz schlecht. Da gibt es durchaus Stellen, wo man nochmal kritisch gucken muss. Aber die haben sich da schon mal grundlegend Gedanken gemacht, sodass es halt nicht sofort auseinanderfällt, wenn man mal auf die ranklopft. Und die nächste Stufe war natürlich versuchen, aus dem Internet heraus Anna fernzusteuern. Während die Hacker seine Wohnung ins Visier nehmen, ist Amat unterwegs. Als IT-Berater hat er beruflich laufend mit Daten zu tun. Und privat auch. Ich produziere tagtäglich sehr, sehr viele Daten. Ich habe ein Smartphone, zu Hause ein Smart-TV. Ich habe aber darauf geachtet, dass keine Kamera installiert ist. Wobei ich weiß, dass mein Fernseher ein Mikro hat, das im Zweifelsfall auch zuhört. Das ist ein Punkt, damit tue ich mich schwer. Inzwischen sehen David und Andreas, dass auch der Internet-Zugriff auf Anna und Smepi ziemlich gut abgesichert und die Kommunikation verschlüsselt ist. David macht sich daher auf, Amats WLAN zu belauschen. Denn zu Hause kommuniziert Anna offenbar unverschlüsselt. Wenn er das WLAN-Passwort knackt, kann er alle Verbindungen im Heimnetz mitlesen. Wenn man die Kommunikation mit Anna einmal mitgehört hat im Netzwerk, dann kann man Anna auch aus der Entfernung steuern. Sprich, wenn man weiß, wie eine bestimmte ID lautet, dann könnte jeder aus der Entfernung das machen. Egal, ob Davids Hack nun klappt oder nicht. Anna und Smepi schicken auch ganz legal Daten ins Internet. Genauer gesagt an zentrale Server. In Smepis Fall stehen die in den USA. Was verraten solche Daten über einen Menschen? In Nordrhein-Westfalen an der Hochschule Rhein-Waal treffen wir den Informatiker Ulrich Greweller. Er hat sich auf die Analyse von Stromverbrauchsdaten spezialisiert. Für Greweller sind das keinesfalls harmlose Kurven. Sie verraten, wo welche Geräte laufen, wie viele Personen sie nutzen, ob ein Besucher über Nacht bleibt oder welche medizinischen Geräte jemand benutzt. Für besonders gefährlich hält er hoch aufgelöste Messdaten, wie sie Smepi und andere neue Smartmeter liefern. Wenn tatsächlich mehr als einmal pro Sekunde der Stromverbrauch gemessen wird, haben wir eine sehr hohe Auflösung. Das ist auch sehr ungewöhnlich beim Einsatz von Smartmetern. Und mit einer so hohen Auflösung können wir praktisch alle Gerätekonfigurationen auch ermitteln. Man kann sogar erkennen, welchen Fernsehfilm jemand schaut. Allein aufgrund der verschiedenen Stromverbräuche von hell-dunkel wechseln bei den Geräten. Exakte Messprotokolle, die zeigen, wie Kunden Produkte tatsächlich benutzen. Für Gerätehersteller eine perfekte Datenquelle. Tagesabläufe werden so über Jahre archiviert und bilden Verhaltensprofile, die für Einbrecher genauso interessant sind wie für die Werbewirtschaft oder Ermittlungsbehörden. Verknüpft mit anderen Daten lässt sich aus den Stromkurven sogar noch viel mehr herauslesen. Beispielsweise kann ich feststellen, wer aus der Freundesliste eines Facebook-Users eben auch einen solchen Smart-Meter nutzt und feingranulare Daten hinterlässt. Diese Daten in Relation bringen, um beispielsweise eine Hypothese zu testen, dass eine Person bei einer anderen Person übernachtet. Weil immer wenn einer zu Hause ist, ist beim anderen keiner zu Hause und umgekehrt. Und das gibt zunächst einmal so einen Indiz. Und wenn ich viele Tage hintereinander auswerte, dann schlägt irgendwann diese statistische Genauigkeit zu. Und ich kann mit fast 100 Prozent Sicherheit sagen, diese beiden Personen stehen offenbar in einer engeren Beziehung. Und das ist allein über die Kombination dieser beiden Datenquellen möglich. Wann wir essen und was wir essen, wann wir schlafen, wie wir schlafen, das ergibt insgesamt schon ein erschreckend genaues Bild von unserem Privatleben. Viele von den Geräten, die man für diese umfassende Überwachung braucht, sind heute noch nicht Standard. Ganz schön weit ist der Umbruch schon beim Fernseher. Die ganzen modernen Geräte, die kann man ans Internet hängen, mit denen kann man streamen, surfen, shoppen, wenn man möchte. Was man mit denen sonst noch so tun kann und was die tun, das haben wir uns auch angeschaut. Ein junges Paar beim Fernsehen. Und ein Sicherheitsforscher, der plant, den smarten Fernseher der beiden unter seine Kontrolle zu bringen. Gemeinsam mit den Kollegen vom SWR verfolgen wir das Experiment. Bisher wissen Lisa Bräuch und Frederik Weimar nur, dass wir sie beim Fernsehen filmen wollen. Aber sie haben keine Ahnung, dass vor ihrem Haus in Stuttgart Benjamin Michele sitzt und gerade dabei ist, auch die Kamera in ihrem Fernseher anzuzapfen. Dazu manipuliert er kurzzeitig das Rundfunksignal. Also im Prinzip betreibe ich einen kleinen Piratensender, der empfängt hier das Originalsignal, strahlt hier wieder mein modifiziertes Signal aus. Das wird oben empfangen und sorgt dafür, dass der Fernseher oben von meinem Server eine Applikation lädt und ausführt. Und die wiederum gibt mir volle Kontrolle über den Fernseher. Für seinen Angriff nutzt der Berliner Forscher gleich zwei Sicherheitslücken. Programmbefehle im Rundfunksignal, die jeder smarte Fernseher ausführt. Und eine spezielle Schwäche dieses Fernsehmodells, für die Michele eine eigene Schadsoftware geschrieben hat. ...die Dateien zu übertragen. Das passiert jetzt. Ja, hier sind wir auf dem Fernseher. Wir können jetzt eigentlich machen, was wir wollen. Wir können ihn auch an- und ausschalten. Wir können im Netzwerk rumschnüffeln. Aber wir starten jetzt mal die Kamera. Und das müsste genau so passieren. Zack, da ist das Kamerabild. Gerade mal zehn Sekunden hat der Angriff gedauert. Den Fernseher zu übernehmen, dann noch mal zehn Sekunden. Und alles mit Technik, die es überall zu kaufen gibt. Gleich erfahren Lisa und Frederik, dass sie schon eine Weile einen Zuschauer in ihrem Wohnzimmer haben. Der Sicherheitsforscher zeigt ihnen den Beweis. Solche Sicherheitslücken treten immer wieder auf. Schließen kann sie nur der Hersteller. Also du kannst dann auch hören, dass wir zum Beispiel reden werden. In diesem Fall hat Samsung das schon getan. Das ist hier tatsächlich über das Rundfunksignal. An Selbsthilfe bleibt nur Kamera abkleben und den Fernseher vom Internet nehmen. Am Münchner Institut für Rundfunktechnik werden Smart-TV-Standards entwickelt. Hier sind wir wieder mit Michele verabredet. Er erklärt uns, warum das Sicherheitsproblem eher größer als kleiner wird. Früher, denke ich, wurden Fernseher vielleicht so sieben Jahre benutzt. Heute sind es vielleicht sechs. Und der Hersteller bietet meist Updates vielleicht für drei Jahre. Das heißt, spätestens ab dem Zeitpunkt werden alle Sicherheitslücken, die dann bekannt werden, können dazu führen, dass der Fernseher eventuell unsicher wird. Immerhin, gegen die Angriffe krimineller Hacker können Hersteller und Sicherheitsforscher technisch aufrüsten. Aber es gibt auch eine ganz legale Schnüffelei bei Smart-TVs. Im Showroom des Instituts zeigt uns Entwicklungsleiter Klaus Merkel, was Smart-TVs alles ermöglichen. Und was im Hintergrund abläuft, wenn wir surfen, shoppen oder einfach und bequem Mediatheken benutzen. Es passiert genau das Gleiche, was mit jedem Gerät passiert, das Sie ans Internet anschließen und mit dem Sie Dienste sehen. Das Gerät schickt eine Anforderung an den Webserver. Gib mir bitte diese HTML-Seite, gib mir bitte dieses Video, gib mir bitte dieses Bild. Und der Webserver beantwortet diese ganzen Anfragen. Er schickt die Bilder, er schickt die Videos, die HTML-Seiten. Und er weiß, an welche IP-Adresse er sie schickt. Wer bekommt diese Informationen? Um uns das zu zeigen, zeichnet Klaus Merkel den Datenfluss auf. Das Ergebnis? Hersteller, App-Anbieter, aber auch Sender bekommen oft viel mehr Daten als nötig. Bis hin zu Informationen, welche Filme ein Benutzer von seinem USB-Stick am Fernseher abspielt. Der Hersteller kann, wenn er will, auch Daten abgreifen und auf seinen eigenen Server umlenken. Ebenso können, wie auf jeder anderen Webseite, Daten auch an Dritte übertragen werden, wenn der jeweilige Dienstebetreiber das so konfiguriert hat. Beim Fernsehen werden wir also genauso getrackt wie am Computer oder Smartphone. Von Google, Facebook, von unserem Lieblingssender und noch von zig anderen Unternehmen. Die Wanze im Lampenschirm, die Sie vielleicht noch aus dem Agentenfilm von früher kennen, die hat also ausgedient. Die modernen Wanzen-Kollegen, die stellen wir uns heute schon selber ins Wohnzimmer. Und falls Sie gerade damit liebäugeln, sich auch so einen smarten Fernseher anzuschaffen, den Beitrag von gerade, den können Sie sich auch einfach so nochmal auf unserer Homepage anschauen. Jetzt ist so ein moderner Fernseher ja ein wahnsinnig praktisches Ding. Aber diese Armee von digitalen Spionen, die auf uns zurollt, die wird auch aus Dingen bestehen, bei denen man den Sinn ernsthaft bezweifeln kann. Puppen mit Internetanschluss zum Beispiel. Wer braucht sowas? Wer profitiert davon? Das haben wir uns auf der Computermesse CeBIT mal angeschaut. Ein Datenexperte in einem Meer von Datenlieferanten. Markus Morgenroth hatten den USA Mitarbeiterprofile erstellt. Bis ihm klar wurde, dass es vor allem darum ging, vermeintlich schlechte Mitarbeiter loszuwerden. Das gigantische Smart-Home-Angebot findet der ehemalige Datenanalyst beunruhigend. Ein Heer von Spionen, das Material für Persönlichkeitsprofile liefert. Mit gefährlichen Folgen. In Zukunft wird es immer mehr darum gehen, eben noch ganz andere Dinge mit den Daten zu machen. Und dann wird es eben nicht mehr ganz so harmlos, wie es bei der Werbung eben noch der Fall ist. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass man Versicherungen diese Daten verkauft, damit Versicherungen sich die guten und schlechten Kunden heraussuchen können, die schlechten Kunden ausfiltert, den guten Kunden günstigere Angebote macht. Es geht weiter bis hin zu Firmen, die für Bewerbungsmaßnahmen diese Daten kaufen, um eben auch schlechte Bewerber herauszufiltern. Das Problem ist ja auch, dass es intransparent stattfindet. Das heißt, wenn ich einen Job nicht bekomme, bekomme ich ja nicht gesagt, das ist jetzt wegen einer Datenauswertung, die vielleicht gesagt hat, dass ich ein bestimmtes Hobby habe, was dem Arbeitgeber nicht gefällt. Wer viel Süßes isst, die falschen Fernsehsender schaut und selten Sport macht, bekommt bestimmte Jobs nicht mehr? Mit dem Verknüpfen verschiedenster Daten absolut machbar. Aber wäre das legal? Generell in Europa ist es ein bisschen schwieriger wegen dem Datenschutz. Aber auch da ist es wiederum so, dass natürlich diese global agierenden Unternehmen die Daten bekommen, auch aus Deutschland und dann ihre Auswertungen machen. Das Problem ist dann immer, wie man diese Daten letztendlich zu Geld macht. Das ist in Europa noch ein bisschen schwierig momentan, eben wegen dem guten Datenschutz. Aber der wird ja aller Voraussicht nach auch aufgeweicht werden. Wenn man die EU-Datenschutz-Verordnung anschaut, da soll ja eine ganze Reihe von momentan starken Gesetzen weiter aufgeweicht werden, sodass solche Auswertungen, die heute in den USA möglich sind, in Zukunft auch in Europa möglich werden. Wenn Gesetze uns nicht vor solchen Horrorszenarien schützen, lässt sich vielleicht die Technik selbst sicherer machen? Am Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit treffen wir die Expertin für IT-Sicherheit, Claudia Eckert. Sie glaubt, Technik, die unsere Daten schützt, wäre schon machbar. Aber die Hersteller wollen etwas ganz anderes. Das ist ja nicht von ungefähr, dass eine Firma wie Google vor einiger Zeit mehrere Milliarden US-Dollar ausgegeben hat, um Sensorik für den Heimbereich aufzukaufen, die sicherlich nicht diesen Wert hatten. Aber weil man damit eben an Daten über die Benutzer kommt, die man dann mit Mailkonten, mit anderen Dingen sehr gut kombinieren kann und dann wieder ganz neue Möglichkeiten hat. Wenn die Unternehmen unsere Daten nicht schützen wollen, weil es ihnen gerade um diese Daten geht? Müssen wir uns dann darauf einstellen, dass jeder alles von uns wissen kann, wenn er nur bezahlt? Oder können wir uns schützen, indem wir einfach ein bisschen paranoider denken? Und uns zuerst fragen, wem die neue Technik tatsächlich nützt, bevor wir sie in unsere Häuser lassen? Paranoia würde ich das nicht nennen. Wir können natürlich sagen, okay, ich bin ein bisschen paranoisch und versuche alles erstmal zu deaktivieren, was mir suspekt ist. oder Dinge erstmal nicht zu machen, anstatt sie zu machen. Sprich, wenn ich eben, sagen wir mal, Banking mache, dann muss das nicht unbedingt über den Smart TV sein, weil da einfach zu wenig Sicherheitsmaßnahmen integriert sind. Und dann mache ich das doch lieber über wohlgesicherte Einstellungen an meinem Laptop, wenn ich es denn unbedingt machen möchte. Wenn unser Privatleben privat bleiben soll und wenn wir die Kontrolle behalten wollen über unsere Daten, dann bleibt uns derzeit tatsächlich nur der Verzicht. Das heißt, man schließt den neuen Fernseher eben nicht ans Internet an und den smarten Rauchmelder, den kauft man erst gar nicht. Problem, vielleicht gibt es bald nur noch solche. Oder man muss umrüsten. Zum Beispiel, weil der smarte Stromzähler dann zur Vorschrift wird. Und dann? Für Hacker David war es schwieriger als gedacht. Amats smarte Geräte sind zum Glück doch nicht so leicht zu knacken. Hundertprozentig sicher sind sie allerdings auch nicht. Anna, das smarte Thermostat, ist über zwei geheime Schlüssel geschützt. Aber die hat David beim Belauschen des WLANs mitgelesen. Jetzt kann er Anna fernsteuern. Nach einem letzten Test geht er zu Amats Wohnung. Er will ihm etwas zeigen. Also hier ist der Befehl mit der quasi Smartphone-App, dass ich die Fernbedienung einschalten würde. Den kann ich auch so abschicken. Und dann kriege ich die beiden Schlüssel zurück. Und dann kann ich hier sagen, 21 Grad. Dann sage ich Go. Und dann 21 Grad. Beeindruckend. Ja. Amat glaubt trotzdem nicht, dass gerade er ein Angriffsziel für Hacker ist. Das heißt, um das machen zu können, muss man in meinem Netzwerk, also quasi man muss in meinen WLAN eingedrungen sein, um Anna manipulieren zu können. Richtig, genau. Das WLAN ist natürlich bei dir Passwort gesichert. Das ist ja heutzutage Standard. Das Problem ist, wenn die Passwörter zu einfach werden, dann lassen sie sich halt auch knacken. Und draußen im Auto konnte ich auch den WLAN empfangen. Sprich, ich kann mich da hinsetzen in Ruhe und warten, bis was passiert. Und entsprechend Aufwand betreiben, dass das Passwort geknackt wird. Im Zweifelsfall kann eben dieser Mensch meine Wohnung zur Sauna oder zum Kühltrank umfunktionieren. Vielleicht ein zukonstruiertes Beispiel. Aber meist greifen Kriminelle tausende Nutzer gleichzeitig an. Über Sicherheitslücken, wie sie David in einem Portal der Anna-Hersteller gefunden hat. Die Homepage, von der aus alle Annas verwaltet werden, hätte David vermutlich hacken können. Würde man dort ein bisschen mehr Mühe rein investieren und halt auch kriminelle Energie, dann würde man wahrscheinlich alle Annas mit neuer Firmware versehen können. Und damit hätte man den Jackpot geschafft. Und ja, dann sind alle Türen offen. In Davids Szenario würden kriminelle Hacker ins Heimnetzwerk eindringen, nicht nur bei Amat. Sie würden dort Mails mitlesen oder das Internetbanking manipulieren. Vermutlich würden sie alle angeschlossenen Geräte angreifen, ein Botnetz aus Millionen gekaperter Geräte, das automatisch wieder andere angreift. Die Hersteller entwickeln also Geräte, die unser Leben unfassbar komfortabel machen können. Im Gegenzug wird unser Privatleben restlos transparent. Da ist Missbrauch möglich. Dass keine Bedrohung daraus wird, das scheint die Hersteller derzeit eher nicht zu interessieren. Das heißt, die Verantwortung, wie viel wir da wirklich riskieren wollen, die liegt bei uns. Wenn Sie jetzt noch mehr wissen wollen über das weltweite Geschäft mit unseren Daten, dann lege ich Ihnen die personalisierte BR-Webserie Do Not Track ans Herz. Die Doku zum Projekt, die gibt es jetzt gleich im Anschluss. Und wenn Sie sich mal anschauen wollen, wer Sie eigentlich im Internet überwacht und was mit Ihren Daten passiert, das können Sie ganz leicht hier auf der Website donottrack-doc.com. Den Link, den finden Sie auch noch mal auf unserer Homepage. Und mehr Wissen gibt es wieder beim nächsten Mal. Ich sage, bis dahin. Ich sage, bis dahin.